Dass ihr Jungs seit am Wochenende in Potsdam gewinnen? Ja genau, und ihr Millwall-Jungs wart unten in Party. Ja, waren wir. Wir sollten uns auch mal treffen, das wär'n Spaß. Ihr wisst, wo ihr uns jederzeit finden könnt. Ja, waren wir. Ja, waren wir. Ja, waren wir. Sie für mich, die sich beim Umgang von einem Bierbauch denken, dann habe ich mit Sport nicht unbedingt viel am Hut. Und ich nehme keine Drogen. Das stimmt zwar nicht so ganz, aber selten. Ich kann mir jedenfalls nichts Schöneres vorstellen, als mich meine Schlägerei zu entspannen. Sie vielleicht nicht. Dafür muss ich nicht so rumlaufen wie Sie. Die verklemmte Wichser, die einen Stock im Arsch haben, und sie tun, als ob ich einen Vorort abform das Größte. Das stimmt! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.